Wo ist hier die Zone? Die liegt bei... geht Richtung Damm hoch. Ich sehe bei mir gar keine Zone. Ah, jetzt sehe ich eine Zone. Ja, wir haben jetzt das Port. Nice. Ein Auftrag brauche ich bei Port. Ist es in Aktion oder lieber Plünderung? Ich muss dreimal meist gesucht machen. Unsurft jetzt? Wirklich? Wirklich? Unsurft? Ja. Mann, ich will nicht. Wenn du dann fortstehst, ich könnte mir abhauen. Ende, ich will nicht. Du musst dreimal meistgesucht machen und das überleben. Okay, gut. Mal gucken, was sich da... Mann, das... Oh, wir sind da nur noch sauweniger. Also richtig wenig sind wir noch. Acht sind noch im Flugzeug drin. Das heißt, hier können nicht so viele hinspringen. Maximal, was ich gesehen habe, waren hier 15 Leute noch aktiv. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? WTF? Jo, best of. Ich habe einen Grafik-Bug gehabt. Soll ich annehmen oder du? Ja, kannst annehmen. Jo. Jetzt bin ich meistgesucht. Hi Lord. Lord, ich will Stadium plündern. Ich will die Special-Items. Ernsthaft? Nice. Junge, ich habe das mal durchgelesen. Es gibt ja drei blaue Karten, die... Richtig. Ah, du bist das. Junge, Ender schreckt mich mal wieder hier komplett. Ich laufe immer noch mit einer Pistol herum. Ich hätte gerne mal was Neues. Dankeschön. Und Endermuss... Ja, ich habe schon eine Waffe, bei mir fehlt es an Munition. Junge, ich habe... Zwei Pistols. Äh, Endermuss. Leute, wir haben hier doch ein Problem. Hä? Also... Von meiner Seite aus. Ich habe jetzt ein neues Handy. Ah. Das Problem ist, das neue Handy hat keinen In-Stacker. Bedeutet, ich kann euch nicht über Kopfhörer hören und mit euch sprechen. Okay. Ich muss jetzt über In-Game reden. Das ist belastend. Ja. Achtung, du wirst von einem feindlichen Team verfolgen. Oh nein. Äh, geh lieber weg? Fragezeichen. Ja, ich bin meistgesucht, du Genie. Also ich... Was mache ich? Bleib noch im Chat, ne? Ähm... Ja, Endermuss. Ähm... Willst du gerade aufsteigen? Ich hau ab. Äh, ich hau... Bleib ohne mich. Ohne mich. Wir beide sind so hart gesucht. Du bist... Du hast Kopfgeld an dir und ich bin meistgesucht. Nur mal grad zu nebenbei. Nämlich, ich befürchte, dass... Das ist dann, wenn ich vielleicht mit... Oh, die Bedrohung geht von ganz alleine weg. Ich campe nur rum. Das ist schon mal gut. Und es wird weniger. Vielleicht wollen die auch mich haben. Jo, dankeschön, dass ich... ...keine Waffe hab. Angeblich. Ah, so einen schützt's auf mich. Nein. Ich glaube nicht mal, dass sie das... ...bis das der Auftrag ist, sie grad auf mich geschossen hat. Ne. Glaub ich auch nicht. Oh, fuck. Wie viel Zeit hab ich denn? Lauf bei mir. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier gleich flüchte. Ja, sie spießt mit dem Fahrzeug schneller als die Zone. Ja, ich hab aber grad kein Fahrzeug bei mir, falls du das nicht merkst. Das ist mein Problem. Nice. Jawohl, eins von drei. Nein. Ich würd den gern noch annehmen. Weil ich echt bin. Ja. Wenn du nix hier gegen hast. Nee, dann hätte ich auch Farmland schon mal fertig. Und wir hätten schon mal den zweiten Mal gesucht für dich fertig. Ich hab wieder so schöne Soundflakes. Läuft heut. So. Geile Scheiße. Okay, Lord. Äh, Ende angenommen. Waffst du mit einer Steuer? Nice. Kopfgeld haben wir verloren. Ja gut, wollen machen wir ja. Ähm. Ähm. Sollen wir uns hier treffen? Junge, ich bin momentan am Eis gesucht. Ja, genau dann, wenn halt dein Meistensuch drum ist. ich bin meist gesucht mich ins offene gebiet zu stellen nein danke müssen ach so leute es gibt übrigens ein war so ein kombi pack im francis shop kostenlos für die season 5 bedeutet ihr könnt euch das kostenlos herunterladen warte ich guck es mir gerade an ich schlaze nämlich gerade selber eine neue operatoren eine neue uhr mit kompass funktion anscheinend mp waffenbauplan waffenthalisman visitenkarte emblem und 60 minuten zweimal ep token das ist gratis ein kleines problem hinter mir ein roter lkw aber du bist schneller als das lkw der steckt aus und schießt auf mich du bist ungeschützt in deinem fahrzeug aber du bist weg ich bin gleich geflüchtet von denen ja was ist das für eine uhr ich guck mir die uhr jetzt gerade mal an dann kann ich euch mal sagen ich bin gleich im untergrund ich bin gleich im untergrund ich bin da für das wir zusammen spielen ok komm irgendwie runter nee das ist nur so nirg wie bist du da unten ja da war irgendein neuer weg ich klappe jetzt stadium ab ich finde die drei kickhalts ich habe einen Weg gefunden wie ich noch tiefer komme das ist eine Truhe die loot ich ja gg und da geht sich gerade mal im stadium verkraben ok ok ich habe einen Weg hoch gefunden aber wir brauchen dafür doch blaue karten oder genau richtig wir brauchen drei blaue karten aber nur ok am besten holen wir zwei davon zwei reichen absolut aus aber wo finden wir die blauen karten weißt du das komplett ins stadium verteilt ah ok dann müssen wir da abspringen ok ja und ender hat sowieso schon drei aufgaben bei stadium nice wir haben uns noch die andere ich gön mir gerade ja geil mein körperlässe aus die hab ich sehr komisch geschmissen äh selbst wieder will die Wuren gerade mal gönnen wie sieht es mit der zone aus ja wir müssen uns sputen wer brauchen wir noch soll ich noch irgendwer kaufen genau selbst ziel ah fuck der sniper hat einer auf mich vergiss die Truhe vergiss die ja vergiss die ich bin ausgerüstet wo äh da wo die Truhe ist die sind am sniper ja ich seh hinter mir ist auch einer ins stadium drin war einer fick dich du scheiß portugiese weißt du ist in einem fight mit einem anderen aber erstmal mich töten heute zeig dir grafik bugs jungs ja zwei richtungen die besonders wieso hast du 700 punkte mehr als ich was ist warum hast du 700 punkte mehr als ich ich glaub wir den ganzen tru nicht gelootet hab ich mein für ich hab zwei aufträger auf mich aufgenommen ja ich weiß aber für tru nun meine ich gäbs auch punkte das ist ja richtig asozial irgendwie ja schon ich hab zwei mal meist gesucht beendet für dich für deine scheiß aufträge und womit krieg ich dann belohnt? richtig mit weniger punkten als call mal bitte ich muss call ja bitte ach so ich seh meine waffe nicht rechts rechts mitte mitte base links base ne nicht mehr wahrscheinlich links ok geht zur mitte seine base ist jetzt in der mitte mitte ist in meiner flinte junge da ist er aber jetzt hab ich noch eine scheiß waffe man der ist in meiner flinte drin ok ok hat ja gar nichts gemacht äh endervorschlag hm äh äh potty sind zwar oder dumb komm komm mal gucken ob ich teilen komm ich teilen also habt ihr gula grad gewonnen ne? ja ja wir müssen gleich nur auf fünfmal stadion richtig ändern ne ne einmal einmal ah ja gut einmal stadion und einem mais gesucht ja ja und dann nochmal stadion für die blauen karten ne? wenn wir das unbedingt machen wollen ja da gibt es neue baublevel ne? naja also ich muss noch storage tauren und also in einem Raum gibt es eventuell sogar ne minigarn die vom Dings ok nice und so wie ich es gelesen hab gibt es in der einen Truhe alle Perks dieses eine Item soll dir anscheinend alle Perks verleiben ah du meinst äh Dings Spezialdings aber Spezialist so genau ja ja für eine Minute aber nur ja ja für eine Minute aber nur das hab ich jetzt anders da gelesen bei mir stand nur ne ne das nur für eine Minute das stand da bei mir jetzt nicht bei mir gab es keine Bekannten glaub ich äh hab schon eine kannst du behalten wenn du möchtest ja äh Nils immer das Kleingedruckte lesen ne? da steht nix Kleingedrucktes bei du Spass ok äh Ender wo bist du? ich hab was für dich ja das könnte ich auch mitnehmen das kann man nämlich irgendwie aktivieren Ender wo bist du? Ender wo bist du? hier ja stimmt aufnehmen ok und dann hier Feuermann ok falls du möchtest LMG LMG markiert ah mag alle LMGs an für sich so das war doch jetzt mal ne schöne Sache gehen wir runter? ja also noch nicht nur auf die Antwort warten sondern direkt runterspringen äh Heli steht unten und der leuchtet noch rot naja scheint keiner drin zu sein der könnte aber der könnte aber mit der LMG mal ein bisschen drauf schießen der könnte aber theoretisch hier irgendwo in der Umgebung sein so Fahrzeug deaktiviert ok mal gucken das war der Heli oder? ja ok weil ich da drauf geschossen hab mal gucken wir wie lange wir hier noch überleben ich werde angeschossen nö offensicherweise nicht so lange ja komm runter ja kommst du beiseiten oder war es noch von den Flammen von den Flammen? was ja komplett behindert ist was ja komplett behindert ist dass die Flammen so viel nachschaden machen ich erleicht mir noch Schaden ja eben oder ist das der explosive Sniper? ich vermute auf die explosive Sniper aber wie kernbehindert ist das denn für schön komm 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 beenden da liegt was für dich und besonders von wo schießt der? alles klar ich bin einfach weg ich würde gerne wissen wo der sitzt ich hätte jetzt einfach nur die Kernbehindert da da oben sitzt der? ja und zwar ist das wirklich eine ziemlich genaue Angabe oh man der ist doch nervig man geht auch weg jedenfalls hat er uns nicht viel gezogen ich hab 4 Panzerplatten dadurch verloren das ist eigentlich das einzige naja ich ich so ungefähr 7 der schießt wieder einfach schnell weg hier das ist diese strecksexplosive Sniper warte wir nehmen hier Assassination an silber doch mal ehrlich wer ist der Auftrag? im Shop hey diese Händler hat Ausrüstung wenn ihr was braucht das war auch eine Möglichkeit aber ich hol grad mal Assassination an damit wir wissen wo ein Team sitzt auszuschalten ich muss mal doch mal einen Sniper holen aber halt doch nicht schon mal einen MP hier ja kannst du ja deinen Tropfen für selbst hier bitte ja ich geh mir die Sniper her alles klar ich hab das Fahrgeld gefunden ich hab da einer die du benutzt auch sehr ähnlich ist nein nein ich hab ein komplett anderes Visier drauf in da ein komplett anderes ich hab mal ein ganzes Währungsminen gesichert zudem hab ich auf meiner noch Thermal das hatte die unter anderem auch nicht hm dann kommt der Zug den ich nicht springen kann doch den kannst du anfangen ich mein mein da unten ist ein Fahrrad bewegt sich auch Schüsse oh keiner sitzt im Leuchtturm drin ähm Sniper-Turm drin das ist schon mal gut wer zeigt unser Auftrag der müsste ja langsamer zu uns in die Richtung kommen hä loll doch da sitzt ne Krone drauf was sitzt du denn mit seiner Krone auf dem Sniper-Turm ja ich ich weiß aber da ist er falsch grad drauf und ich sehe ihn nicht äh unser Auftrag kommt hast du grad das war ich unser Auftrag geht hinter den Bergen ja ja das ist vielleicht oder da müssen wir hin wir müssen zur Sicherheitzone oh die hauen wieder ab jetzt ist ihre Bedrohung wurde höher ja wollen wir move'n ja so sei der tot? ne nein oh schade oh schade dass wir noch nicht tot sind Ender Auftrag Konzentration bitte die sind da dran hab hier Aktivität ich will ja gleich über den Controller reden ich warte doch nur über darauf dass die dass da runter rauskommt ja die sind trotzdem da dran da an der Seite steht hinter der Mauer ja die sind ich will grad nur tun Ender äh dort ja sei mal grad leise ich muss mich konzentrieren äh wir müssen uns konzentrieren wir sind grad im Fight bitte hast du den Sampleschuss abgesessen? nein links in der Mauer ich werde von zwei Seiten beschossen bin tot das auch ich bin hier okay vielleicht das letzte bisschen ich mach's selber ich musste mich grad äh sicher bringen die kommen ja jetzt die müssen ja kommen als ob die mich gesehen haben hinterm Busch und noch du bist von deinem Team übrig bring es zu Ende sind die jetzt? Spassi du bist tot Junge du bist tot Junge ja der ganze Loot den du nicht kriegst ja hab ich mir grad auch so gedacht ja fuck aber ich hab ihn jedenfalls das ist ja das fürchtige weindliche Drohne über uns ich spiel nicht dass das so eine gute Idee ist da das nicht gut hat ja ne mir wird sinnvoll aus naja alles oder nichts aber rechts ist ein zweier Team wie du siehst aber dann hier bei den Felsen dann hin ja damit du noch ein bisschen Schutz hast und dran ist sogar ne Truhe WTF ja die stehen teilweise hier sehr gut mehr von hinten absichern also das so rechts links ist einer links schön der kann mich ja fuck her schieß du mich an ja was hätte ich machen sollen ich hab ihn leider nicht gesehen mit links kann ich links anfangen weißt du was heißt für mich links wie weit links der plats der